Wir können solche eine Prüfungsfrage besser lösen, wenn uns klar ist, dass Kommunikationspolitik aus fünf Unterpunkten besteht, von denen Werbung einer ist. Und genau diese Unterpunkte notieren wir uns jetzt mal bitte. Die Unterpunkte der Kommunikationspolitik, da ist die Werbung, ja, aber das ist ein Unterpunkt. Werbung, Seite 824. Werbung. Dann die Verkaufsforderung, das Product Placement, die Öffentlichkeitsarbeit, wir können das abkürzen und PR schreiben, Public Relations, PR und der persönliche Verkauf. Also auch hier wieder, Strukturzahl 5, Werbung, Verkaufsförderung, Product Placement, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, alles das Gleiche und der persönliche Verkauf. Das sind die Instrumente der Kommunikationspolitik.